ja hallo und herzlich willkommen auf dem kanal von planet firework und einem neuen test video von mir heute mal die alpha edison im test und ja das ganze ist von pyro land auch eine neuheit 217 ja und bei der batterie geht es richtig rund leute also das ist eine riesen kiste ein riesen karton ja 20 sekunden brenndauer dürfen wir hier erwarten 25 schuss hat das ding auch in 30er kaliber 40 meter steige 500 gramm explosivmasse ja schauen wir mal genau glatte 500 leute also auch voll ausgereizt ja das ding soll der wahnsinn sein ich bin gespannt auf den test viel spaß mit alpha edison also da weißt du gar nicht wo du hinhalten sollst die funken fliegen hier immer noch also nur ein bisschen die christian gar nicht rauf weiter ausbreitung ja der geht gar nicht gar nicht ja 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 ja